Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ne, ich will kein Whisky... Wow, Whisky-Drinkern. Ich möchte Spidersplasser finden, denn das ist unser... nach wie vor unser Ziel. Aber Ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Schön wie naiv die alle sind. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein paar Gegend, wenn Sie den Zentralrat umgehen. Oh Gott, wie krank, ey. Wie krank ist das denn? Aber gut, ähm... Die sind ja... Oh Gott, unfassbar, wie naiv die sind. Aber gut, wir sind es nicht. Wow, 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 wow. What the fuck? Einfach mal reinblitzen, who knows. Toilette, ach so. Okay. Ach, davon habe ich mehr als genug. Ah, wie cool. Und jetzt darf ich dafür sogar noch bezahlen. Verrückt. Das ist okay. Was? Ich glaube, da wurde mir doch so gesagt. Oxfab klappt. Zigaretten. Wie schön die hier angepriesen werden. Einmal wieder herrlich liebe die Zigarettenwerbung. Die ist so schön manipulativ. Keine Sorgen, ich habe nichts gegen Raucher. Ich habe ja selbst geraucht. Das ist es ja. Dich einmal. Wieder ein Liedhandspleißer. Sabam! Dich einmal. Hi, ähm... Oh shit. Was? Na... Okay. Wow! Oh shit, schon wieder. Fuck, fuck. Das wollte ich nicht. Ähm, andere Waffe. Wo bist du? Wo ist... Nitrous? Oh, da ist ein Big Daddy. Hi! Dann würdest du jetzt mal bitte... Und jetzt... Falsch... Ja, so. Jetzt bist du tot. Oh, 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 oh. Was? Da ist er. Mr. Bubbles. Hey. Wie wäre es, wenn ich von euch nochmal ein Foto mache? Ob man das irgendwas bringt, Rose? Ist schon wieder Rosie nur. Aber ich will das Mädchen aber fotografieren. Ich muss ja auch was über die lernen, ne? Gucken, ob ich irgendwie... Ich finde, das ist doch genauso interessant. Holy shit. Ach, cool. Dich auch einfach mal. Was haben wir hier? Mehrere Motive. Wirst... Okay. Okay. Sehe ich wollte es. Und jetzt einmal... Bam! In your face. Kuchen! Geil! Kuchen, sehr gut. Wir haben ein bisschen Kuchen. Ich lasse die erst nochmal in Ruhe. Wie das nochmal? Wobei, ich könnte eigentlich auch zurück. Das ist die letzte Little Sister, die ich hier retten könnte, ne? Wo sind die denn jetzt mittlerweile? Ich will halt nicht zu weit... Da! Da sind sie. Ach, Trial, weißt du was? Kurz einmal hier. Ah, Gott! Hm! Okay. Ah! Ich muss hier kurz weg. Ich muss hier mal eben weg. Ich muss hier weg. Oh je, oh je. Ich sehe gar nichts. Gut. So. Ich weiß, es ist hier relativ einfach noch. Ähm, Moment. Was haben wir denn hier noch? Das ist ein Maschinengewehr. Normales. Na ja. Ach, ist das schön. Gut. Nicht weinen. Wollen wir dich mal retten. Dann müsste ich alle auf dem Level eigentlich jetzt haben. Die sind so niedlich. Okay, tschüss. Wohin gehst du? Die geht bestimmt wieder so in eins von diesen... Genau. Ich wollte eh hier lang. Wollte sie irgendwie... Genau, jetzt wird sie bestimmt dort verschwinden. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Schlaf gut. Schaffst du's? Soll ich dir helfen? Okay, tschüss. Oh je. Süß. So. Einmal bitte Pistole her. Wobei die Personendingsens... Wobei die Personendingsens... Habe ich eh kaum welche. Nehmen wir auch nur die hier. So einfach ist das. Das hier war nichts weiter. Hier war auch nichts weiter gut. Ist das voll blöd irgendwie, das so machen zu müssen. Wenn dafür irgendwie ein bisschen zu unkoordiniert. Was soll hier happen da alles? Schauen wir mal. Ich könnte hier... Voila. Ich sehe gerade, ich müsste eigentlich mal wieder... mir Eve kaufen. What the hell? Was bist du? Ich habe dich fotografiert. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Das ist natürlich blöd. Na, dann stirb mal. Ich muss Film kaufen. Das wollte ich nicht. Das ist kein... Das kann ich selten. Wow. Was wollt ihr denn jetzt? Ich glaube, da sind noch mehr, ne? Oder auch nicht. Von Ten verhaften lassen. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen. Aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer dieser von... Achso, ne, man ist es nicht schon. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture. Doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmucklerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter dem Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ei, ei, ei. Das klingt nach einer sehr, sehr schwierigen Situation. Das war wahrscheinlich auch keiner. Das war schon wieder ein Needhead. Was ist hier noch jemand? Danke. Oh, hi. Was machen die denn hier? Was? Nee. Wow, wow, wow. Ich wollte eigentlich eine Sechser. Komm mal her. So. Was habe ich denn hier jetzt? Nitro-Splicer. Okay, Action-Foto. Tschüss. Oh je. Auf zwei und auf F1. So, jetzt schießen. Komm schon, komm schon. Go, go, go. Go, go, go. Dankeschön. So, was ist jetzt eigentlich mit seinem Summi? Hier ist nichts drin. Oh, sein Summi ist kaputt gegangen. Oh je, schade. Aber hey, immerhin haben wir jetzt ein Foto von Nitro. Splicer, nice. Wir haben noch einen Film. Ich möchte... Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja, ja. Mir geht es jetzt ums Geld. Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Ist das hier die Sieben? Code eingeben. Warte mal. Ich hatte für Kabine... Kabine? Kabine 7. Wie mache ich das denn? 7, 5, 3, 3. 7. 5. Davon wurde uns doch erzählt. Das war das Zimmer mit der Mutter, die auch gehofft hat, dass ihre Tochter zurückkommt. Hallo? Oh Gott, das ist ein Ehepaar. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fischeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture. Doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese Hammenschweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Da hatte ich ja jetzt Platz, von daher mache ich das jetzt. Oh mein Gott. Das ist natürlich auch unfassbar krass, ne? Wenn das eigene Kind dann plötzlich, wenn man dann so sieht, wie was aus dem eigenen Kind wird. Das ist gut sick. Ja, das ist gut sick. So ein kranker Scheiß, der hier einfach passiert. Hi. Hm, ich hätte ich vielleicht... Nee. Ich glaube, ich warte jetzt echt auf diese Spider-Splicers. Bevor ich hier wieder irgendwas an... Oh, nice. Oh, nice. Und ich muss das machen. Oh Gott. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und einmal hacken. Oh, das könnte schwierig sein. Oh je. Ähm, da müsste ich ja schon instantly hier den... Wow. Genau. Ich muss jetzt eben... Moment. Dem nach unten. Das geht. Gut. Nice. So, was haben wir hier? Sehr geil. Sehr geil. Hat sich sehr gut gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. Naja, hier ist auch nichts. Okay. Dann ist hier nichts weiter. Evidence. Evidence. Was? Die heilige Bibel als... Als Evidence. Wie nennt man das als... Beweis für was? Das ist... Nein. Ich werde mich dazu nicht... Du besuch beim Abschauen der Menschheit. Aha, alles klar. Ich werde mich dazu nicht auslassen. Dankeschön. Ah. Gott, bleib hier. Bleib hier. Komm schon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm her. Komm her. Gut. Du bist hoffentlich gleich tot. Und jetzt... Komm schon. Komm schon. Go, 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 go. Und nochmal. Bitte. Mach hinne. Das kann doch nicht... Wow. Diese... Was? Beide... Was? Kann ich. Da stand aber, ich kriege eine Strafe dafür. Also was sagt ihr mir hier? Das ist doch total an Nonsens. Aber gut, das heißt, jetzt sind wir dem Ganzen einen Ticken näher. Aber hier gibt es ja auch nichts weiter zu tun. Ich habe ja jetzt hier... Das habe ich durchsucht. Das habe ich durchsucht. Das hier. Ich glaube, dann habe ich doch alles hier in der Richtung. Hier war ja... Hier in der Toilette war nichts mehr. Dann würde ich sagen, Leute, was ist für heute mit Let's Play Bioshock? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen... Suchen wir weiter. Ich glaube, ich brauche echt nur noch ein Foto. Dann habe ich es. Suche ich noch nach dem... Letzten... Spider-Slicer. Und ich hoffe... Ich finde die Möcke schnell. Also bis dann. Ich finde die Möcke schnell.